Hallo, ich bin's wieder, Pia. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir machen jetzt ein kleines Tabata-Ruhrgott, ein bisschen Muskulaturaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, wir starten mit einer Kniebeuge. Stell dich etwas weiter als Hüftgelenk breit hin. Achte darauf, dass du beim Tiefgehen das Gesäß wirklich weit nach hinten schiebst, damit die Knie nicht über deine Fußspitze kommen. Lass die Schultern zurück und geh immer nur hoch tief. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Nihon, mach los in Musik. 1, 2, 1. Sehr gut, wir sind geshaft. 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 5 3, 5 2, 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5, 6, 7, 8 Hälfte hast du! 3, 2, 1! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1! 1, 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1! 3, 2, 1 3, 2, 1 Sehr gut, das erste Mal hast du es schon geschafft. Wir kehren nach dem zweiten, lass das Standbein geborgen, nimm die Arme dahin, wo du sie brauchst, lass die Schulterblätter zurück, heb dein Brustbein. Zieh die Fußspitze ran, geh kurze zur Seite, geh kurze zur Seite, bleib stabil. Hier mal dasselbe rein, dann tauschen wir. 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 Auf geht's! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 1! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 1! Hälfte hast du geschafft. Bein wechselt. Lass das Standbein wieder gebeugt und nimm die Schultern zurück. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 1! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 1! Gleich geschafft! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 1! 1, 2, 4. Sehr gut. Wir kommen nach unten. Stelle die Füße so weit kommen wir auf, bis die Graben noch auf der Wanne stehen. Nimm die Hände hinter den Kopf. Daumen gehen in die Schläfe. Lass die Ellbungen außen. Gehe hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Beim Zweiten schreib die Hände nach vorne aus, Daumen nach oben. Geh hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Solltest du aus irgendeinem Grund wegen der Dachmuskulatur den Kopf nicht halten können, lass die Hände einfach hinter dem Kopf, geh weiter hoch schieben. Okay. 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 Sehr gut, streck die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie hinter dem Kopf, entscheide sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie hinter dem Kopf, entscheide sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie hinter dem Kopf, entscheide sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie hinter dem Kopf, entscheide sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie rechts. Helfast auf den Schaft! Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie rechts. Die Hände nach vorne aus, alternativ lass sie rechts. Und dann kannst du auf der Masse stehen. Nimm die linke Hand unter den Kopf, die rechte Hand. Geht am linken Knie vorbei. Du gehst hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Hier mal dieselbe Seite und dann tauschen wir. Hier sind wir bereit. Round 4. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Helft hast du geschafft! Nimm die rechte Hand hinter den Kopf, linke Hand führt am rechten Knie vorbei. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 3, 1 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Round 4 Sehr gut, geschafft! Danke fürs Mitmachen!